ist ja jetzt evo cracker glaube ich war gut gemacht von mir war gut gelöst wir haben lösungen gefunden guter tesla gut platziert alles wir müssen jetzt im auto kassieren und hoffen dass wir aber mehr der mit schwach mit den schweinchen ja ja die trägt nämlich mit people trade es gibt schon gründer warum kollegische schulke micky maus clasher ist einer der gründe ist dass er kein micky maus clasher ist jetzt auf der anderen seite ein bisschen gerade gute delirium das ist aber okay jetzt hat er da nämlich nichts da wir zeigen einfach ein log durch treff mal die krieger macht nicht sie bewegt sich nicht hilfe alarm sehr 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 gut gespielt hat er gut gemacht auf die 1, der Eisnerv ist aber gerade auf der 3